Wir stehen hier vor ganz vielen Krabbelfiecher. Wir sind jetzt bei Vollgel 78 und ja mal, ich wurde hier so abgelenkt von den Viechern. Ja mal herzlich willkommen bei Skyward Sword Let's Play. Wir sind hier im Piraten Schiff oder ein großer Schiff oder ich weiß auch nicht nur was. Und wir müssen hier gegen so viele kleine Viecher kämpfen. So, gut. Ja, äh. So, wir sind wieder im grüßen Raum. Speichern wir mal. Und ich hab da schon was gesehen, was mir gar nicht gefällt. Speichern. Ähm. Das Vieh da. Ne, was, wie, wo, warum? Ah. Ah. Ja, okay. Da ist der Boss dahinter. Okay. Kapiere ich alles. Muss mir nicht weiter... sagen. Ähm. Ich will das Viech eigentlich schon jetzt zerstechen. Ah, naja. Ähm. Abgesehen von vielen Truhen und einer weiteren Türe. Sehe ich gerade... Fledermäuse! So, Elektro-Fledermäuse. So. Mal schauen, was dahinter ist. Wieso habe ich das Gefühl, wir können gegen den Boss, den wir vorhin schon... also in irgendwas Folge 75 oder so schon bekämpft haben, nochmals bekämpfen. Ah, das ist dieses Sonnending. Genau. Das hatten wir schon mal. Okay. Stimmt also nicht. Da müssen wir wahrscheinlich von irgendwo her das, äh... die Lösung finden. Ah, der sagt ja nix. Genau. Stimmt ja. So. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also... Ach ja, das Puste-Ding habe ich ja schon ausgewählt. So. Schön sauber machen. Vielleicht hat sie ja nicht Ruhe. Oder sonst Symbole am Boden. Puste, Puste, Puste Kuchen. Okay. Aber vorhin habe ich auch unter dem Sand was bewegen sehen. Okay. Haben wir Glück gehabt. Also, links. Okay, links. Und dann? Super. Hilft mir sehr. Und dann rechts, oder was? Oder zuerst. Ah, ne. Jetzt kapier's. Glaub ich. Glaub ich. Also, ich hoffe es. Eigentlich muss man ja noch mal genauer anschauen. Irgendeine Truhe oder so noch. Das wäre doch cool. Also. Ähm. Ähm. Also, es ist das dritte. Das ist das zweite. Und das ist das erste. Also. Links. Oder neben. Und. Muss man noch von. Unten. Gut. Unten. Nee. Hä? Ähm. Also, das ist das erste. Ich würde mal behaupten, dass. Dass das unten ist. Also. Das. Zeug's mal weg. Also. Unten. Denn das zweite ist. Oben. Das dritte ist. Nochmals unten. Und das vierte ist dann. Rechts. Also oben. Nee. 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 Also. Nochmals. Ähm. Unten. Oben. Unten. Rechts. Genau. Huch. Also. Weiter kann's gehen. Ja. Eine Truhe. Was für ein Gegenstand. Eine portable Zeitmaschine. Und Schlüssel. Na. Ja. Ach okay. Gleich nebeneinander verwenden. Oder geht's da nicht? Naja. Also. Ähm. Nee. Hier geht's nicht mit Schlüssel weiter. Ja. Dann. Ähm. Zurück. Hat's irgendwo ne Schlüsseltüre? Einen Sessel. Also. Sitz. Wir starren in die Wand. Und heilen uns. Okay. Okay. Gut. Also. Ähm. 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 Müssen wir so weit zurück? Okay. Ja. Dann halt. Ähm. Wo war denn die letzte Schlüsseltüre? Nirgends. Wirklich? Nirgends? Da muss doch irgendwo ne Türe mit nem Schlüssel sein. Bin ich blind oder was? Ähm. Ich glaube ich bin blind. Also. Weil. Ähm. Ich glaube ich bin blind. Ich glaube ich bin blind. Ähm. 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 Weil darum. Draußen? Ne. Das kann doch nicht sein. So weit zurück. Also. Ähm. Ich geh jetzt einfach mal schauen. Aber. Ah. Hier. Okay. Gut. Wir haben nichts gesagt. Haben nichts gesagt. Oh. Hä? Ähm. Zwischenboss. Zwischenboss. Zwischenboss Zeit. Huh. Oh. Okay. Ähm. Ah. Moment. 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 Ähm. Man kann sich nicht mit seinem Hakenfisch tragen. Wird doch cool gewesen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Da hinten. Runterspüssen. Genau. Okay. Fast geschafft. Hm. Oh. 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 Okay. Ah. Das geht wahrscheinlich jetzt ein paar Mal so. Bis wir kaum mehr Platz haben. Oh. Oh. Das geht wahrscheinlich jetzt ein paar Mal so. Au. Ah. Ich wette zweimal. Nee. 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 Ah. Ich hasse Elektrozeugs. Nicht ein Mäßigwert. Au. Ich wette. Ich wette sie nicht. Ah. Mist. Ich will bei dir. Äh. Dann hab ich kein Spiel mehr. Ach. Stinkt ja. Ähm. Au. Mist. Oh. Mist. Nee. Mist. Wir werden jetzt zurückgedrängt. Nee. Mist. Mist. Oh. Ich wollte gerade noch den Trank vorholen. Ja. Ich weiß. Game over. Und zu wenig Akku. Ja. Ich will es fortsetzen. Äh. 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 Was? Wir müssen jetzt soweit zurück. Und die Dinger sind wieder. Hier. Einfach durchrennen. Durchrennen. Yay. Und. Genau. Äh. 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 Mist. Jetzt bräuchte ich die Oster. Renn, Link. Renn. Renn. Ah. So. Hier. Hoch. Äh. Nee. Raus. Und dann hoch. So. Und jetzt hier lang. Also. Speichern wir hier nochmals kurz. Speichern. Speichervorgang erfolgreich. Yay. So. Versuchen wir den Typ hier nochmals. Äh. 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 Was fürn Typen sind wir nicht der Typ da? Au. Au. Uh. Nee. 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 Äh. Ehh. Dramatul. Tänken. Weg da. Weg da. Uh. Oh! Oh, ja! Oh! 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 Oh, ja! Oh! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh! Oh, ja! Wut? Hmmmm, so Au! Ah, Mist, 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 Mist So, äh, mehr sch- Ah, wo, was, schon wieder? Huh So So Äh, Sache ist sie, würde man Naja, nicht einfach den, weil ich gerade bist Oh, oh, oh Äh Ich wollte nen Trank hervorbauen Ah, Mist, aber der typisch lebt Äh Ah Ja Der Typ ist zu schwer Ähm Ähm Versuchen wir's nochmal Alle guten Dinge sind drei oder mehr Also Ähm Ja, haben wir schon gesehen Ja, ich weiß nur wie ne Ja, ich weiß nur wie ne Ja, tut Ouh, kiep 1900, kiep 1900 ja Wieso geht Link weg? Wieso lässt er ihm wieder Platz zum nach vorne laufen? Genau, das meine ich. Au, 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 au. Es fasziniert das. Scheiß Küppi. Nee. Nee, Mist. Weg, 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 weg. Ah, zeig mal. Ja genau, stimmt ja. Ah, Mist. Ah, boah, wie auch immer. Wir sind mitten im Kampf gegen so einen doofen Typi und ich sehe den Countdown runterlaufen Richtung Null. Äh, wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich weiß, mieser Cut. Äh, Cut. Und wahrscheinlich werde ich gleich sterben. Aber... Tja. Bis zum nächsten Episode. Bis zum nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal. X7